Heute geht es um folgenden Fall. Moin Moin, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei einem neuen Kundenzufriedenheitsvideo. Das Besondere an Baufix 24 Kundenzufriedenheitsvideo ist, dass das alles echte Mandanten sind. Das heißt, keine bezahlten Schauspieler, hier gibt es auch keine Vergütung. Viel Spaß mit diesen Erfahrungen meiner Mandanten. Kennengelernt haben wir uns in der Volkshochschule in Schienefeld. Zwei Seminare besucht. Ausgesucht haben wir uns ein etwas ungewöhnliches Bauvorhaben mit historischen Baumaterialien, die wir auch teilweise auch alle selber geborgen haben. Und eine große Rückendeckung haben wir von Herrn Schütt erfahren. Viel Arbeit abgenommen worden ist durch die Finanzierungsberatung. Da haben wir uns richtig gut aufgehoben gefühlt, weil wir hatten Freude, da mit Herrn Schütt zu klönen und plausibel erklärt. So, jetzt noch auf Papier und in wenigen Monaten schon in Stein und vor Stein. Genau, als wir damals bei der Volkshochschule waren, haben wir schon gesagt, wenn, da war es ja noch ganz am Anfang so, da haben wir gesagt, wenn es dann mal losgeht mit Bauen, dann wenden wir uns wieder an Herrn Schütt. Genau, und diese Entscheidung war auch goldrichtig, weil es waren ja einige Fallstricke eingebaut. Doch, es gab einige Sachen, die Herr Schütt für uns geklärt hat. Genau, so, dass wir das gar nicht gemerkt haben. Also, letztendlich Geschichten beim Notar, mit komplizierten Wegerecht, mit Auszahlung von der Bank, was war denn noch? Mit der Eintragung, mit dem Grundbucheintrag und das hat sich alles so hingezogen. Und da hat Herr Schütt uns wirklich gut unterstützt. Doch, da fühlten wir uns gut aufgehoben. Genau, Daumen hoch. Zum Leben hoch, mit mir sich zu feiern. Hoch lebe der Bauherr und die Sein. Sie leben hoch! 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 Schön, dass ihr alle gekommen seid, um uns recht fest zu feiern. Ja, guten Appetit, fangt an zu essen. Und auch noch vielen Dank für den heißen Tipp fürs Finanzamt. Schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss! Ja. Ist doch alles, ist doch alles super! So. Nee, das ist zu viel! Stopp! Stopp! Tick! Tick! So! Zu viel! Tick! Zack! Stopp! Was wird das los? Ich habe heute zum ersten Mal live ein Seminar bei dem Herrn Schütt mitgemacht. Herr Schütt hat genau das quasi so gebracht und gezeigt, was ich von seinen vielen Videos auf YouTube schon kannte. Ich habe noch irgendein Haus ausgebaut. Genau. 300.000 kann ich mir vorstellen, weil ich war auch da. Ich war wohl einfach nur so ein Gespräch und dann, ich habe noch kein Haus. Also, das ergwell wie möglich wird feet lotig. etty без script im decor 90 Says Who 25 0 average 4 5 0 7 Vielen Dank.